Hallo! In dieser Late-Nerd-Show starten wir direkt mit einem neuen Abenteuer für das Lied von Eis und Feuer... für DSA. Das schwarze Auge, es war DSA. Neue Bande und uralter Zwist heißt es und es ist Teil der ganzen Produktreihe ringsum Nostria und Undergast, durch die wir uns gerade durcharbeiten. Neue Bande und uralter Zwist ist als Begleitabenteuer zur Nostria und Undergast Spielhilfe konzipiert und nicht als eigenständiger Band, passt daher auch auf nur 48 Seiten. Nostagast war schon immer als Einsteigerregion gedacht und somit passt es, dass auch dieses Abenteuer von geringer Komplexität für die Spieler ist. Der Meister muss allerdings schon ein wenig Ahnung mitbringen und diverse Szenen selbst ausarbeiten. Spielleitertipps gibt's hier keine, es wäre auch kein Platz gewesen. Dafür ist das Abenteuer weitgehend linear aufgebaut, nur das Finale ist im Vergleich sehr offen angelegt und setzt einen Meister voraus, der gut mit den Ideen der Spieler arbeiten kann. Und darum geht es. Achtung, geringfügige Spoiler. In Joborn, dem alten Zankapfel zwischen Undergast und Nostria, soll eine politische Hochzeit stattfinden, die den Frieden sichern soll. Das findet jemand gar nicht gut und entführt kurzerhand die Braut. Ein kleiner Mord soll als Ablenkungsmanöver dienen, was wiederum eine Bluthochzeit, man könnte auch sagen, eine rote Hochzeit verursacht. Die Helden müssen diese überleben und dann die Verfolgung der Entführer aufnehmen. Die Täter hinterlassen Spuren, aber um die korrekt zu deuten, brauchen die Spieler Hilfe von typischen Nostagast-Bildniskarakteren wie Druiden, Flößern und Hexen. Und die wollen im Gegenzug natürlich jeweils eine Nebenquest gelöst bekommen, die praktischerweise weitere Eigenheiten der Region beleuchtet. Das ist alles wie gesagt recht linear, in seiner Struktur nicht sehr originell, funktioniert aber gut. Uns erfüllt die Aufgabe dieses Abenteuers sehr gut den Spielern die regionalen Eigenheiten Nostagasts, also unter anderem Hinterwäldlertum, Kleingeistigkeit, aber eben auch Naturverbundenheit und eine generelle Westerrossigkeit näher zu bringen. Bei aller Linearität gibt es sogar einen moderaten Twist. Was zum Motzen gibt es aber auch. So ist der Einstieg eben die Hochzeit, die sich schlagartig in ein Massaker verwandelt. Auf jedem DSA-LARP hätte irgendjemand angeordnet, vor einer Party in solch angespannten Situationen alle Waffen einzusammeln. Hier eben nicht. Und deswegen gibt es eine Instant-Straßenschlacht. So richtig glaubhaft wirkt das nicht, außer man geht davon aus, dass sich sowieso alle Beteiligten lieber die Schwerter in den Bauch rammen wollten und nur auf einen Anlass gewartet haben. Wenn man von dieser Motivation ausgeht, verliert der Abenteueraufhänger aber natürlich seinen Sinn. Die Helden können die Bluthochzeit verhindern, indem sie, geweiht oder nicht, das Joboner Friedenslicht auslösen. Ein rarheheiliges Artefakt und das geht abstrakt mittels der Ausgabe eines Schicksalspunkts. Das erscheint nicht so wirklich stimmig und was dafür inneraventurisch passieren muss, wird uns verschwiegen, auch wenn es nahe liegt. Wie wir es von DSA 5 hier schon gewohnt sind, ist das Abenteuer äußerst schick illustriert, fehlerfrei geschrieben, sehr angenehm zu lesen und hervorragend strukturiert. Auch wenn wir das langsam als gegeben hinnehmen, ist das für mich immer noch bei jedem Produkt ein Bonus. Insgesamt sind das 7,5 von 10 möglichen Punkten von uns für das Abenteuer und noch ein kleiner Hinweis. Ja, es ist gedacht sozusagen als Begleitabenteuer für die neue Regionalbeschreibung und bezieht sich auch häufig darauf, aber man kann es auch ohne diese spielen, wenn man sich zumindest ein bisschen in Nostria und Andergast auskennt, zum Beispiel wenn man schon länger DSA spielt. So viel dazu. Ich habe auch den Verdacht, dass der Autor von diesen Orks hier, Michael Peinkofer, DSA spielt oder gespielt hat. Zumindest gibt es da irgendwie vertraut wirkende Elfen, die hoch im Norden in einem einsamen Turm leben, während wiederum die Orks zum Glück Grünhäute sind und deswegen kein Copyright Infringement darstellen dürften. Und die Goblins, die auch drin vorkommen, irgendwie aus Pathfinder entkommen zu sein scheinen. Also hier wird mit mehreren Rollenspielwelten fröhlich gespielt. Der Comic beruht auf den auch schon sehr erfolgreichen Roman von Michael Peinkofer zu seinen Orks, die wir tatsächlich leider nicht gelesen haben. Aber trotzdem konnte ich diesen Comic genießen und ich habe mich auch sehr amüsiert darüber, was drin vorkommt. Denn die zwei Hauptfiguren, die wir haben, sind zwei Orks, aber im Grunde sind sie Laurel und Hardy, nur in grün und mit Rüstung und mit Äxten. Die beiden Hauptfiguren, zwei Ork-Brüder, tun das, was Orks nun normalerweise in so, oh, ich habe dann hier gerade andere Seiten aufgetan, nämlich mit der sexy Elfenpriesterin hoch im Norden, die im ersten Band zugegebenermaßen noch keine große Rolle spielt. Ich denke, da wird noch Wichtigeres auf sie zukommen, aber hier ist sie einfach nur Eye-Candy erstmal. Also unsere beiden Orks machen Dinge, die Orks normalerweise so machen. Sie gehen auf Kriegszüge, in diesem Fall kriegen sie auf die Fresse. Danach haben sie ein Problem mit allgemeinen Ork-Bräuchen, weil sie den abgeschlagenen Kopf ihres Anführers nicht mit nach Hause haben bringen können. Und deswegen bekommen sie einen furchtbaren Auftrag. Und das Großartige daran ist, wie diese Orks miteinander interagieren, nämlich auf liebenswert, offendümmliche Art und Weise sehr menschlich. Und vor allen Dingen die beiden Hauptfiguren, die, also von denen der eine, der kleinere, etwas untersetztere, der grummelige Typ ist, der versucht, alles richtig zu machen, während der große Dünne denkt, er macht alles richtig. Es ist einfach eine humoristische, ein humoristisches Charakterspiel zwischen den beiden mit den Dialogen und mit dem, was passiert, das dafür gesorgt hat, dass ich alle paar Seiten auf jeden Fall grinsen musste und ein, zwei Mal tatsächlich lachen. Das hat mir also sehr gut gefallen. Vom Zeichnerischen her, wie ihr sehen könnt, ist es ein bisschen cartoonig, aber das passt hervorragend zu unseren beiden Orks und zu denen, was ihnen so passiert. Und dementsprechend hier auch überhaupt kein Abzug dafür, dass eine Fantasy-Geschichte auf die Art und Weise umgesetzt wurde. Denn darum geht es, dass hier einmal klassische Fantasy, so klassisch wie es nur geht, halt eben mit plündernden und barbarischen Orks auf eine ganz andere Art und Weise erzählt wird und zwar mit viel Augenzwinkern. Hat mir sehr gut gefallen und ich werde da auf jeden Fall dranbleiben und ich denke, dass ich mir tatsächlich vielleicht auch die Romane besorgen werde danach. Also insofern eine gute Idee gewesen, das als Comic umzusetzen. Und am Ende sind es tatsächlich acht von zehn möglichen Punkten, die wir dafür vergeben nach einigem Hin und Her, aber allen hier hat es gut gefallen. Ich wiederhole mich. Tut mir leid. Es lohnt sich. Das war's für heute. Macht's gut. Und wir sehen uns dann demnächst irgendwo in echt oder in einem Video oder im Livestream. Bis dann. 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 Bis dann.